Ales Ales, okzitanisch Ales Ales, ist eine Gemeinde mit 52.566 Einwohnern im Süden Frankreichs in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur in dem gleichnamigen Arrondissement Ales. Departement Bouches du Rhone Ales ist die größte Gemeinde im europäischen Teil Frankreichs. Geografie Der historische Ortskern von Ales liegt am Ostufer der Rhone, 24 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Zu Ales gehören ein Neubaugebiet am Westufer und das Gebiet der gesamten Karmark, deshalb ist Ales mit ca. 760 Quadratkilometer die flächenmäßig größte Gemeinde Frankreichs. Große Gemeindeteile von Ales gehören zum regionalen Naturpark Karmark. Nördlich des Stadtgebietes in Furquers beginnt das Departement Gat. Südlich schließt sich die Karmark an. Geschichte Ales hieß im Altertum Arellas oder Arellate wurde von den Galien anstelle des Ligurischen Theline gegründet und von Gaius Julius Caesar 46. V. C.H.R. Zur römischen Militärkolonie Colonia Julia Paterna Arellate VI. Der Ort erhob sich bald zu hoher Bedeutung, wetteiferte mit Marsilia im Handel und erreichte seine Blütezeit unter Kaiser Konstantin. Der Ales vergrößerte, ausschmügte und den Beinamen Konstantina gab. 395 wurde sie Hauptstadt Galliens. Im Jahre 402 wurde dann die Präfekt Ceregalliarum, die oberste Behörde des römischen Westreiches, von Trian nach Ales verlegt. In Ales kreuzte sich die Römerstraße via Agrippa nach Lyon mit der Via Aurelia di Marsilia mit Rom verbannt. Ales wurde im dritten Jahrhundert Sitz eines Bischofs im Jahr 400 Sitz eines Erzbischofs. Als Hauptumschlagplatz wurde es in der Folge von Westgoten und Sarazenen mehrmals erobert und zerstört. Dennoch behauptete es lange sein Glanz, seit 536 zum Frankenreich gehörig, wurde es 879 Hauptstadt des Königreichs Burgund und kam mit diesem 1033 zum Heiligen Römischen Reich. Seit 933 stand die Stadt unter der Herrschaft des Erzbischofs, wurde 1220 unabhängig von ihm und 1237 für nur zwei Jahre Reichsstadt. 1251 unterwarf sich die Stadt Karl von Anjou und fiel 1481 mit der Grafschaft Provence an Frankreich. Der Erzbischof wanderte später nach Exxon-Provence ab. Ales war bis 1801 Bischofssitz. In Ales fanden mehrere wichtige Synoden statt. So 314 gegen die Donatisten, 354 gegen Athanasius, 452 zur Regelung der Kirchen- und Klosterdisziplin, 475 gegen den Prädestinatianer Lucidus. Politik Beschreibung In blau ein sitzender, hersehender, goldener Löwe mit durch die Beine zurückgeschlagenem Schwanz, ein langstieliges, goldenes Labarum mit der Inschrift In schwarzen Majuskeln CIV Arell, haltend Symbolik Der Löwe wird auch mit Arlesianer Löwe bezeichnet. Bürgermeister von Ales ist für die Wahlperiode 2008 bis 2015 Herr Vischiaverti. Wirtschaft Nennenswert sind die Olivenölerzeugung und die Schafzucht in der Umgebung. Die Maschinenwerkstätten der Bahn, in denen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ca. 1.200 Arbeiter beschäftigt waren, sowie die Papierfabrik sind geschlossen. Die Industrie ist wirtschaftlich eher unbedeutend. Etwa 2000 Menschen sind hauptsächlich in den Branchen Chemie- und Lebensmittelindustrie beschäftigt. Die Haupteinnahmequelle der Stadt ist wie in vielen Gemeinden entlang der Mittelmeerküste der Tourismus. Außerdem sind in einige Verlage ansässig und ein geringes Handelsvolumen wird über den Hafen abgewickelt. Verkehr Die Rhone kann wegen ihrer geringen Tiefe nur von kleineren Schiffen befahren werden, um dieses Hindernis für die Schifffahrt zu beseitigen. Wurde 1834 der Kanal von Arles nach Busch angelegt und, da auch dieser nicht genügte, 1864 der Kanal Sankt-Louis, der 60 Meter breit und 7,9 Meter tief vom Hafen von Busch aus die Mündung der Rhone mit ihrer Bahre umgeht. Der Bahnhof von Arles war lange Zeit ein Eisenbahnknotenbahnhof und es gab sogar eine große Eisenbahnwerkstatt der SNCF, die schon 1843 eingerichtet wurde. Heute ist nur noch die Bahnstrecke Avignon-Miramis-Marseille wirklich in Betrieb. Diese Strecke war auch die erste Eisenbahnstrecke, die Arles erreichte. Sie wurde von der Kompanie des Schimm-RDFIRD Marseille-Avignon geplant und gebaut. Der Abschnitt Tarascon-Saint-Charmaus wurde am 18. September 1847 eröffnet. Die Gesellschaft wurde später Teil der Kompanie des Schimm-RDFIRD Lyon à la Méditerranée, welche wiederum in die SNCF aufging. Die Strecke ist doppelspurig angelegt und mit 1500 Volt Gleichstrom elektrifiziert. Die normalspurige Strecke von Arles nach Salon wird im Sommer zwischen Arles und Fontvier noch von touristischen Zügen befahren. Die Strecke ist danach teilweise abgebaut. Eine normalspurige Strecke führte nach Saint-Gilles. Die Brücke über die Rhône wurde nach der Zerstörung im Jahr 1944 nicht wieder aufgebaut. Die normalspurige Strecke nach Saint-Louis wurde eingestellt und größtenteils abgebaut. In Trinquartalje hatte bis 1958 die schmalspurige Schimm-RDFIRD-Gamag ihren Endbahnhof, von dem die Strecke nach Saint-Marie und Salien-de-Giraut sowie über Bouillard nach Nemes führte. Bildung Die Stadt wurde nicht zuletzt aufgrund des Einflusses des dort heimischen Fotografen Lucien Clergü als Sitz der École Nationale Superiöre de la Fotografie, der französischen Hochschule für Fotografie ausgewählt. Hydrographische Schule Öffentliche Bibliothek Sehenswürdigkeiten Siehe auch Liste der Monuments Historie Quest in Alles Punkt 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 Seit 1981 stehen viele der antiken und romanischen Denkmäler der Stadt auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Die Kirche Saint-Honorat auf dem Alice Games wird zudem seit 1998 als Teil des Welterbes Jakobsweg in Frankreich ausgezeichnet. Alles ist der Startpunkt der Via Tolosana, eines französischen Abschnitts auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Alles gehört zu den sehenswertesten Städten der Provence und besitzt zahlreiche Überreste antiker Pracht, unter denen hervorzuheben sind. Amphitheater von Alles Um 90 n. CHR Er baut Durchmesser 140 m x 103 m mit zwei Geschossen mit je 60 Arkaden und ca. 25.000 Zuschauern Platz bietend im Mittelalter zu einer Festung ausgebaut. Von der noch drei Vierecktürme und die Arkadenvermauerung zeugen ab 1825 erfolgte schrittweise die Entfernung der zahlreichen Häuser im Inneren und angrenzend an das Oval seit 1846 restauriert und gegenwärtig an Festtagen Schauplatz für Stierkämpfe. Der im südwestlich der Stadt gelegenen Zirkus gefundene 15 m hohe Granitobelisk steht seit 1676 an der Place de la Republique. Antikes Theater unter Kaiser Augustus um 25 v. CHR Errichtet, von dem sich noch zwei korinthische Säulen, die Orchestre und vom Zuschauer halb rund die untersten der 33 Sitzreihen mit 12.000 Sitzplätzen sowie ein Turm, der noch die ursprüngliche Höhe von drei Arkaden bewahrt, erhalten haben. Hier wurde 1651 die berühmte Venus von Alles aufgefunden, die jetzt im Louvre in Paris und als Kopie im Treppenhaus des Hotels Deville Place de la Republique steht. Reste des römischen Forums mit einem Kryptopotikus, einem unterirdischen Bogengang. Reste der römischen Thermen und eines Palastes von Konstantin, zahlreiche. Seit 1995 im Musee de l'Ales et de la Provence Antiques vereinigte Skulpturen. Das Musee Departemental Alles Antique ist das Antikenmuseum von Alles. Es zeigt und behandelt die Geschichte der Besiedelung von Alles und seiner Umgebung von der Frühgeschichte bis zum Ende der Römerzeit. Es wurde 1995 eröffnet. Punkt, 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 Punkt. Das bedeutendste Bauwerk der Stadt ist die ehemalige Benediktiner Abteilkirche Saint-Trophimé mit berühmtem Portal und Kreuzgang. Bei ihrem Bau wurden Steine vom antiken Theater verwendet. Der HL. Trophimus christianisierte die Provence und war vor 250 N. CHR. Der erste Bischof in Alles, seine Gebeine ruhen in der Kirche, die ihm geweiht ist. In ihr wurde Friedrich Barbarossa am 30. Juli 1178 zum König von Burgund gekrönt. Die Kathedrale besitzt als Basilika mit einem 20 Meter hohen Mittelschiff sowohl romanische als auch gotische Stilelemente. Während Langhaus, Turm und Fassade 1152 bis 80 im romanischen Stil errichtet wurden, entstand der gotische Umgangsshow erst 1454 bis 65. Das der Westfassade um 1190 vorgeblendete Hauptportal mit seinem Tympanon gilt als Hauptwerk der provinzialischen Plastik der Hochromanik. Das Innere der Kirche ist modernisiert. Vom Kloster ist der in mehreren Bauphasen zwischen 1130 und dem 14. Jahrhundert erbaute Kreuzgang bemerkenswert. In den vier Galerien, zwei romanisch, zwei gotisch sind alle Arten des Rund- und Spitzbogenstils zu finden, hier wechseln sich Pfeiler und Säulen mit fein gearbeiteten Kapitellen ab. Die Gefiertecken sind figurengeschmückt, Z. B. mit einer Trophimusfigur von 1188 im Kapitelsaal sind Gobelengs zu sehen. Punkt, 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 Punkt. Das Portal ist zwischen 1150 und 1200 errichtet worden und gilt neben dem von St. Gilles als das bedeutendste romanische Portal der Provenz. Es handelt sich um ein vorgesetztes, giebelbegrüntes Doppelportal. Zwischen den Freisäulen an den Seiten stehen überlebensgroße Standbilder der Apostel. 1998 wurde es gereinigt. Diese Anlage ist ein eindrucksvolles Beispiel für die antiken Rezeption in Südfrankreich im 12. Jahrhundert. Also für die Rückbesinnung auf antike Gestaltungsformen. So ist man beim Portal von St. Trofimus von der damals traditionellen Gestaltung einer Fassade abgewichen und hat das antike Motiv eines römischen Triumphbogens aufgegriffen. Während das übrige Portal in die Fassade integriert ist, scheint es hier durch die Vorblendung ein deutliches Eigenleben zu führen, das den Blick des Betrachters allein auf sich zieht. Über den gesamten Türsturz zieht sich ein reliefierter Kämpfer Friesin, der U.A., die zwölf Apostel in sitzender Haltung zeigt. Das ikonografische Programm des Portals, aber auch des Kreuzganges erinnert mit der Präsentation von Charaktergesichtern der Plastiken stark an die Antike. Siehe Hauptartikel. Außerhalb der alten Stadtmauern findet man an der südöstlichen Ecke eine lange Allee, die Alice Gemsin zur unvollendeten Kirche St. Honorat. Die einstige römische Begräbnisstätte wurde später ein christlicher Friedhof. Von den zahlreichen frühmittelalterlichen Steinsarkophagen sind nur noch einige Schmucklose an der Allee des Tombeaux zu sehen. Während die schönsten, soweit sie sich erhalten haben, heute im Musee d'Alice Antique stehen. Siehe auch den Hauptartikel Alice Gems. Punkt. Kapelle Saint-Croix und die Ruinen der Benediktiner Abtei Mont-Majour, eine der seinerzeit eindrucksvollsten Klosteranlagen in Südfrankreich, befinden sich nordöstlich der Stadt an der Grenze zu Font-Vie. Museon Al-Atan. Die bedeutendste Sammlung zur provenzalischen Volkskunde ist im Palais de la Valle Castellane zu besichtigen. Kunst und Kultur. Berühmt ist auch die Schönheit und Eleganz der Frauen von Alice. Die Belle Alice hierin hat Mareime zum Libretto für die von George Bietzit komponierte Oper Carmen angeregt. Auch Hugo von Hofmannsthal bemerkt die feierliche römische Schönheit, die Carmenprofile und den königlichen Gang der Frauen von Alice. Vincent van Gogh. Einer der berühmtesten Einwohner von Alice war 1888, der Maler Vincent van Gogh. Während dieser Zeit porträtierte er Alice und die Umgebung hundertfach. Die heute an seine Gemälde erinnernden Stellen in Alice wurden allerdings in den 1990er Jahren nach seinen Gemälden für den Tourismus dekoriert. Typisches Beispiel hierfür ist das Nachtcafé. Nachdem der Maler von der Bourgeoisie aus der Stadt faktisch vertrieben wurde, besitzt die Stadt kein einziges von seinen Gemälden. Das von ihm bewohnte Haus an der Place La Martine wurde im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff zerstört. Zwar hat eine der zahlreichen Zugbrücken in der Umgebung den Maler zu den Bildern die Brücke von Langlois angeregt. Doch ist die heute als Van Gogh-Brücke ausgeschilderte an der Mont-Kelde-Schleuse zwar eine gleichartige, aber nicht die von ihm gemalte Brücke. Die Rund 800 Meter entfernt lag. Punkt, 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 Punkt. Regelmäßige Veranstaltungen Die Fotoausstellung Rencontrastalis findet seit 1969 in der 2. Juliwoche bis Ende August statt mit zahlreichen Einzelausstellungen. Sie zeigt den Stand der jeweils aktuellen Kunstfotografie. Persönlichkeiten Söhne und Töchter Konstantin II Römischer Kaiser Trofimie Bigott, Maler des Barocks Pierre-Antoine Antonelle, französischer Politiker Jean Calment erreichte die bisher längste verifizierte menschliche Lebensspanne Achille Philipp, Organist und Komponist Louis Faurot, französischer Modeschöpfer und Maler Lucien Clergu, französischer Fotograf Annemarie David, französische Sängerin Gilles Renne, Jazzmusiker Juan Bautista, Matador De Chibriel Cissi, französischer Fußballspieler G. G. Witt, französischer Fußballspieler Mehdi Savali, Matador Fini Vallette, französische Schauspielerin Personen mit Bezug zur Stadt C. Cisarius von Alles, Erzbischof von Alles Vincent van Gogh, niederländischer Maler, Malte und lebte 1888 1889 still in Alles Paul Gogh, französischer Maler, lebte zusammen mit van Gogh für zwei Monate in Alles Städte Partnerschaften Deutschland Fulda, Deutschland, Spanien, Jerez de la Frontera, Spanien, Griechenland, Kalimnos, Griechenland, Russland, PSGAU, Russland, Mauretanien, Sanje, Mauretanien, Italien, Fatschelli, Italien, Belgien, Vervier, Belgien, Vereinigtes Konigreich, Visbech, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Jörg, USA, China, Volksrepublik, Susuang, Volksrepublik, China, siehe auch, Erzbestum alles